Ich finde, dass die Welt unbedingt mehr OER braucht, weil das dann einfach bedeutet, dass Bildung für alle erstmal zugänglich ist. Und damit haben wir dann die Möglichkeit, wenn wir gerade in der heutigen Gesellschaft ja auch sehr komplexe Probleme, Herausforderungen lösen wollen und uns da gemeinsam auf den Weg machen wollen, dass wir gemeinsam an diesen Herausforderungen arbeiten wollen. Das mag dann jetzt vielleicht in der Schule noch nicht so ganz ersichtlich und relevant sein, aber ich glaube, was man auch schon in ganz frühen Bildungsphasen lernen kann, ist, dass es nötig ist, zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren. Und da kann eben OER ein Weg sein, um das in irgendeiner Form hinzukriegen. Und ich glaube auch, dass die Perspektive ja die sein sollte, dass wir eigentlich auf eine Welt zusteuern sollten, wo wir gemeinsam und solidarisch uns behalten. Und da sind eben auch OER eine Möglichkeit, das voranzubringen, weil man dann ganz früh schon erkennt und eben auch aus einer pädagogischen Perspektive als Lehrkraft erkennt, dass es allen Menschen hilft und auch mir selber hilft, wenn ich die Sachen, die ich habe, eben nicht ganz eng für mich behalte, sondern wenn ich sage, ja, ich öffne das und wir arbeiten alle gemeinsam zusammen da dran. So ganz egoistisch gesagt, brauche ich OER, um für mich persönlich ein besseres Leben zu haben. Das hört sich zwar erstmal konfus und ein bisschen irritierend an, aber OER ist, wenn man in einer Hochschule arbeitet, nimmt das die Rechtsberatung raus. Ich muss also für jedes kommende Projekt, wo ich alte Inhalte verwenden möchte oder ein Kursangebot bauen möchte oder was remixen möchte, brauche ich keine juristische Beratung. Ich habe nämlich Rechtssicherheit in allen meinen Projekten. Wenn man also OER von Anfang an genommen hat, genutzt hat, entwickelt hat, kann man sich eine Rechtsberatung sparen. Und das macht das Leben unglaublich angenehmer. Warum braucht die Welt mehr OER? Natürlich damit Materialien, Lerninhalte aller Art und auch Methoden anpassbar sind an den jeweiligen Lehr-Lern-Kontext. Das ist total wichtig, weil jeder kennt die Situation, dass Materialien irgendwie spannend sind, aber dann doch nicht auf die eigene Situation passen. Und genau das erlaubt OER. Man kann eben mit diesen Materialien so arbeiten, dass es genau auf den eigenen Kontext passt. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Grund. Der große Vorteil ist, dass sich miteinander vernetzen und über das OER miteinander in Gespräch zu kommen und auch interdisziplinär zu gucken, welchen Blickwinkel wirft eine andere Disziplin auf dieses Thema. Und wie können wir das zusammenführen, um zusammen einfach zu einer Lösung zu kommen, zu einem Konsens auch zu kommen, der besser ist als das, was wir vorher in den getrennten Sachen hatten. Die Welt braucht mehr OER, weil OER einen wunderbaren Beitrag zum selbst erfahrenen Lernen bietet. Das heißt, die Möglichkeit, mit den Lernenden oder mit SchülerInnen gemeinsam Materialien zu erstellen und zu erfahren, was es heißt, zu remixen und auch den Kontrollverlust über die verschiedenen Materialien zu erfahren, ist ein ganz wichtiger Bestandteil im selbsterfahrenen Lernen. Und somit ist OER hier ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil davon und trägt sozusagen zu einer besseren Lernerfahrung bei SchülerInnen oder allgemein bei Lernenden bei. Die Welt braucht nicht nur mehr OER, sie braucht vor allem einen niederschwelligen Zugang für alle zu Bildungsmaterialien. Und mit niederschwellig meine ich, dass eben jede und jeder Zugang zu kostenfreier Bildung hat, sofern die infrastrukturtechnische Art vorhanden ist. Das bedeutet für mich, dass vor allem auch die Zivilgesellschaft mit einbezogen wird, also dass die Rentnerin aus Buxtehude zum Beispiel sich weiterbilden kann oder auch Menschen auf der ganzen Welt sich vernetzen können und niederschwellig zusammen Wissen generieren, teilen und weiterentwickeln. OERs sind deswegen wichtig, um eine gerechtere und für jeder Mann und jeder Frau zugängliche Bildungsmöglichkeit zu schaffen, weil sie eben einfach erst mal das Thema, was bei vielen Bildungsmöglichkeiten verbunden ist, nämlich Kosten, weil sie das erst mal auf Null setzen. Und das heißt, dass diese Bewegung OER in einem reichen Land wie in Deutschland, da scheint das immer so unwichtig zu sein. Wir haben ein Schulsystem, was staatsfinanziert ist. Das heißt also, wir kommen in den Genuss von ganz viel kostenloser Bildung. Das ist aber in vielen Orten der Welt ganz, ganz anders. Und deswegen ist es eben nicht nur eine nationale Aufgabe, sondern in der Tat eine internationale UNESCO-Aufgabe, dass ganz viele Gruppen, die im Moment marginalisiert sind, die Schwierigkeiten haben, Zugang zu Bildung zu finden, dass die durch OERs empowert werden. Open Education Resources verfolgen europäische Bildungsziele und schaffen eine Basis, Wissen zu vermitteln und zu erstellen und zu verteilen auf unterschiedlichen Ebenen für unterschiedliche Bedürfnisse und für unterschiedliche heterogene Lernziele. Die Welt braucht mehr OER, damit Menschen mutiger werden, ihre Materialien untereinander zu teilen. Untereinander heißt auch, dass man möglichst weitgreifend denkt. Also, dass man nicht nur in den einzelnen Nischen beispielsweise auch jeweils pro Schule denkt, sondern auch darüber hinaus, sondern Bildungsbereiche miteinander verzahnt und dadurch die Möglichkeit schafft, dass auch Qualitätssicherung passiert. Dass Menschen versuchen, über die Materialien eigentlich bessere Inhalte auch zu produzieren und die dann wiederum in die Praxis einfließen zu lassen. OER bedeutet ja, dass man etwas offen und frei entwickelt, produziert, weitergibt und das kann man weltweit nutzen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweisprache. Ein anderer ganz wichtiger Aspekt, der damit zusammenhängt, ist, dass man damit auch innovativ sein kann. Man kann Dinge veröffentlichen, umsetzen, didaktische Ansätze, neue mediale Ansätze, die noch nicht kommerziell attraktiv wären oder überhaupt nicht kommerziell vielleicht attraktiv wären, die aber Lücken füllen können in der didaktischen Landschaft. Die ermöglichen auch vielleicht zum Beispiel Dinge für eine seltene Ausgangssprache im Bereich Deutsch als Zweitsprache zu entwickeln und so weiter. OER macht unabhängig und zwar unabhängig von Verlagen, von Einzelentscheidungen, von politischen Entscheidungen, vielleicht auch unabhängig von dem, was in der Welt sonst gerade so passiert oder wie wir regiert werden. Und deswegen brauchen wir mehr OER für eine bessere Welt, eigentlich sogar nicht nur für eine bessere Bildung, weil Unabhängigkeit ein so wichtiger Wert ist. Das sehen wir bei den Energieträgern im Moment ganz deutlich, aber das gilt auch für alles andere. Ich glaube, dass durch OER Zugänglichkeit gewährleistet werden kann. Und damit meine ich sicherlich auch Bildungsgerechtigkeit und Zugang zu Bildung. Aber ich meine auch aus einem weiten Inklusionsverständnis heraus Zugang für alle Menschen. Das schließt digitale Barrierefreiheit mit ein. Das schließt aber auch Design und Lesbarkeit mit ein, Usability-Fragen. Und ich glaube, dass durch den Austausch von OER die Qualität gesteigert werden kann. Und mit Qualität meine ich auch Zugänglichkeit. Für mich ist offene Bildung ein Baustein auf dem Weg zu mehr Kooperation und Kollaboration. Denn ich glaube, das ganze Mindset, was wir aus der Vergangenheit kennen mit Konkurrenz und wer ist besser als der andere, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Und deswegen finde ich, offene Bildung ist eine bessere Bildung, weil wir lernen zu kooperieren und gemeinsam zu arbeiten. Und das finde ich total wichtig für uns alle und vor allem die gute Zukunft. Wissenschaft heißt auf den Schultern von, Zwerge auf den Schultern von Riesen. Das heißt, es gibt schon etwas und andere bauen darauf auf. Das nehmen wir für die Wissenschaft bedingungslos an. Keiner kritisiert das. Aber es heißt Forschung und Lehre und dieses Prinzip des Teilens, Weitergebens und Verbesserns wird gefühlt nicht auf die Lehre übertragen. Das macht jeder Lehrende für sich. Ausnahme steht ihnen in der Regel und durch OER passiert das viel mehr. Aber ich würde es begrüßen und ich fände es toll, wenn dieses Prinzip, was wir für die Wissenschaft schon immer so gelten lassen, auch für die Lehre übertragen wird. Und da kommt OER ins Spiel. OER bedeutet, Lehrmaterialien so zu erstellen, dass sie anderen zur Verfügung gestellt werden können, dass sie geteilt werden. Und dementsprechend andere, die auch zerpflücken können, wie es in der Wissenschaft passiert. So what? Das wird dadurch auf jeden Fall nur besser. Ich würde es gerne rumdrehen. Wenn etwas nicht OER ist, dann muss ich immer erst nachgucken, was ich denn damit überhaupt machen darf. Darf ich es nur angucken und muss mit einem Zettel und Stift nehmen und woanders weiterarbeiten oder kann ich direkt mit diesem Material etwas machen? Diese Fragen stellen sich mir bei OER nicht. Ich kann sie direkt verarbeiten, ich kann sie wieder veröffentlichen, ich kann sie remixen und ich kann aktiv mich damit auseinandersetzen. Und das ist im 21. Jahrhundert einfach das Ziel. Ich muss die Lernten und auch die Lernten dazu befähigen, mit Materialien und insbesondere mit digitalen Materialien was machen zu können, und sie nicht nur aufzunehmen, zu konsumieren. Ich muss aktiv werden und deswegen tragen OER zu einer Bildung bei, wie wir sie uns heute vorstellen. Offene Bildung führt zu besserer Bildung, weil, wenn wir das unter dem Partizipationsaspekt sehen, wir wegkommen von diesem klassischen instruktivistischen Lehr- und Lernverständnis hin zu einem kokonstruktiven Ansatz, wo Lehrende und Lernende sich gleichberechtigt in die Augen schauen und Lehr- und Lern-Settings gemeinsam gestalten. Und das ist wiederum die Grundvoraussetzung für Demokratiekompetenz. Also ich selbst übernehme Verantwortung für mich und mein Umfeld. Offene Bildungsressourcen geben mir die Möglichkeit, das beste Material, das zu einem Thema verfügbar ist, selber zu nutzen. Und ich sehe hierin einen massiven Qualitätsgewinn für die Bildung. Die Welt braucht unbedingt mehr OER. Denn nur OER kann eine offene, diverse Gesellschaft abbilden, in der viele Stimmen, viele Perspektiven gehört werden. Und um eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen, brauchen wir diese Stimmen und müssen diese Stimmen nicht nur sichtbar machen, sondern sie müssen sichtbar sein. Und das ist besonders wichtig, gerade vor dem Hintergrund von künstlicher Intelligenz. Denn wir haben ganze weiße Flecken, ganze Biases, die entstehen, weil wir Datensätze nicht haben. Deswegen müssen wir maschinenlesbar publizieren, nicht nur wir, sondern global, alle Menschen, damit eine gerechtere Gesellschaft, die möglichst viele Leute repräsentiert, geschaffen werden kann. Und das mag utopisch und idealistisch klingen, aber auch das ist ein Teil für mich von OER. Warum braucht die Welt mehr OER? Also ich glaube, auch da an diesen Gedanken, dass einfach, wenn wir unser Wissen teilen, um auch Probleme zu bearbeiten, da gibt es leider sehr viele, aber genau diesen Spirit zu nehmen und sagen, hey, ich habe ein Problem, ich habe möglicherweise einen Lösungsansatz, diesen zu teilen, hoffe ich, den Planeten besser zu machen. Die Welt braucht mehr OER, weil gerade Bildung ein Gut ist, das möglichst allen zur Verfügung stehen sollte, weil es keinen Sinn macht, dass es künstlich begrenzt wird durch Kosten oder andere Zugangsbeschränkungen, sondern in jedem Menschen das Talent schlummert, mit Wissen und Bildung einen Schritt weiterzukommen und vor allen Dingen andere einen Schritt weiterzubringen. Bildungsgerechtigkeit ist hier das Stichwort. Gute Bildung ist gerechte Bildung für alle, egal wo man herkommt, egal was für ein Umfeld man hat. Und das klappt nur, wenn Bildung offen ist, wirklich für jeden und jederzeit. Und der Schlüssel dazu ist OER. Offene Bildung trägt auf jeden Fall zu bessere Bildung bei, weil wir schlussendlich gemeinsam für unsere Zukunft antreten und für die Zukunft der nächsten Generation. Und nur wenn wir gemeinsam an dieser Drehschraube drehen, können wir schaffen, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem gute Bildung für alle verfügbar ist und nicht für diejenigen, die das Geld haben, um sich Online-Materialien oder Materialien für die Schule zu kaufen. Musik 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 Musik